Ciao, buongiorno, tutto bene? Ja, ich habe gesehen, dass hier ganz viele neue Follower auf meinem YouTube-Kanal sind und deswegen möchte ich mich ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Verena und ich bin verrückt nach Italien. Und meine Mission ist es, dir dabei zu helfen, diese wunderschöne Sprache ebenfalls zu lernen. In den letzten drei Videos ging es darum, wie man am besten mit dem Italienisch lernen beginnen kann oder wie man weitermachen kann, falls man das Gefühl hatte, irgendwo festzustecken. Es ging auch darum, welche Methode man zum Lernen verwenden kann und welche die geeignete für einen selbst sein könnte. Und es ging auch darum, wie man am besten die Inhalte zum Italienisch lernen auswählen sollte. Und ich habe euch gefragt, was ihr denn benötigt, um bestmöglich Italienisch lernen zu können und was euch vielleicht im Moment gerade noch abgeht bei eurer Lernmethode. Und ich habe folgende Antworten immer wieder bekommen. Ich möchte gerne in meinem eigenen Tempo lernen und nicht an irgendwelche Kurszeiten gebunden sein. Ich hätte gerne regelmäßig neue Übungen, um am Ball zu bleiben und um motiviert zu bleiben. Und am liebsten hätte ich auch noch eine Ansprechpartnerin, der ich all meine Fragen stellen kann. Diese drei Antworten habe ich sehr, sehr häufig bekommen. Und genau dafür habe ich jetzt die ideale Lösung. Und zwar habe ich das alles mit dem Sette Sensi Lernclub umgesetzt. Im Sette Sensi Lernclub wirst du Zugriff auf all meine Kurse haben. Du wirst wöchentlich neue Übungen bekommen, die du über die ganze Woche verteilen kannst, sodass du wirklich regelmäßig übst und am Ball bleiben kannst. Und du kannst mir all deine Fragen stellen. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie dieser Sette Sensi Lernclub aufgebaut ist und wie das Ganze aussieht. Also nichts wie los. Und schon komme ich zur Übersichtsseite meiner Produkte. Ich klicke auf Sette Sensi Lernclub. Und hier habe ich jetzt die Übersichtsseite zu den Produkten, die im Sette Sensi Lernclub beinhaltet sind. Stell mir deine Fragen ist die Kategorie, wo du mir all deine Fragen stellen kannst. Übungen gibt es hier zu A1, Übungen gibt es hier zu A2. Dann die Kurse Grammatik Intensivtraining A1. Das ist auch ein separater extra Kurs. Das gleiche für das Niveau A2. Dann hast du noch Zugriff auf den Videokurs Italienisch Sprechen Lernen für Anfänger und den Videokurs Italienisch Sprechen Lernen für leicht Fortgeschrittene. Das heißt, du hast Zugriff auf all meine Kurse plus kannst du mir hier in dieser Kategorie all deine Fragen stellen und kannst in der Kategorie Übung A1 und Übung A2 regelmäßig neue Übungen machen. Als Beispiel, wir klicken auf den Kurs Grammatik Intensivtraining A1 und so bekomme ich Zugriff auf diesen Kurs. Hier im linken Bereich sehe ich die komplette Übersicht der Lektionen. Ich habe jetzt nun Zugriff auf diesen Kurs mit allen Lektionen und diesen Kurs kann ich jetzt Lektion für Lektion durcharbeiten oder mir einfach individuell Lektionen rauspicken, die ich vielleicht durchgehen möchte oder wiederholen möchte. Das gleiche funktioniert mit dem Grammatik Intensivtraining A2, mit dem Videokurs Italienisch Sprechen Lernen für Anfänger und genauso mit dem Videokurs Italienisch Sprechen Lernen für leicht Fortgeschrittene. Das heißt, hier kannst du individuell die Kurse durchgehen oder dir auch individuell einfach Lektionen aus den Kursen rauspicken. Innerhalb der Kurse und Lektionen gibt es auch immer Übungen zu machen, aber im SETE SENSI Lernclub ist eben auch ein großer Teilbereich, dass du jeden Montag neue Übungen bekommst. Also schau jeden Montag in die Rubrik Übungen A1 und Übungen A2 rein, je nachdem, was dein Niveau ist. Wenn du jetzt erst beim A1-Niveau bist, dann fokussiere dich einfach auf die Übungen A1 und die Übungen A2 kannst du später immer noch machen. Wenn du das A2-Niveau hast, fokussierst du dich auf die Übungen aus dem A2-Bereich und als Wiederholung kannst du gerne auch Übungen aus dem A1-Bereich machen, weil du Zugriff auf all diese Kategorien im SETE SENSI Lernclub hast. Wenn du jetzt hier bei Stell mir deine Fragen A1 und A2 hineingehst, dann kannst du mir dort all deine Fragen stellen zu den Themen in der Niveaustufe A1 und A2. Ich habe da bereits Kategorien angelegt und du kannst dann deine Fragen in der jeweiligen Kategorie posten und bekommst dann so schnell wie möglich auch eine Antwort. Wenn du jetzt aber sagst, du brauchst an und für sich keine Ansprechpartnerin, du hast relativ selten Fragen oder du sagst, der SETE SENSI Lernclub ist vielleicht zu teuer, dann hast du auch die Möglichkeit, das Kurspaket und Übungen zu erwerben. Und dort hast du auch Zugriff auf all meine Kurse und auch Zugriff auf die regelmäßigen Übungen A1 und A2. Was du dann nicht haben wirst, ist diese Rubrik Stell mir deine Fragen. Das heißt, du wirst mir dann keine Fragen stellen können, hast aber trotzdem auch Zugriff auf alle Kurse und kannst jeden Montag neue Übungen bekommen in den Niveaustufen A1 und A2. Also, das ist die ideale Möglichkeit, für dich jetzt wirklich deinem Ziel näher zu kommen, denn hier gebe ich dir Zugriff auf all meine Kurse, regelmäßig neue Übungen. Bei den Übungen werden auch Dialoge zum Nachsprechen dabei sein und du kannst mir all deine Fragen stellen. Das heißt, der SETE SENSI Lernclub ist genau das, was dich jetzt näher an dein Ziel bringt. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail oder kommentier unter diesem Video. Na, wie ernst meinst du es wirklich mit dem Italienisch lernen? Denn im SETE SENSI Lernclub hast du jetzt die Möglichkeit, strukturiert zu lernen, in deinem eigenen Tempo zu lernen. Du erhältst jede Woche neue Übungen zu verschiedenen Themen und du kannst mir all deine Fragen stellen, sowohl zu den Übungen als auch zu Wörtern, Ausdrücken, zu den Kursen und so weiter. Morgen Samstag 14 Uhr schalte ich die Anmeldung zum SETE SENSI Lernclub frei und wenn du dir gleich einen Platz sicherst, dann bekommst du auch noch einen Rabatt für schnell Entschlossene. Also nichts viel los, trag dir das Datum ein, morgen 14 Uhr Anmeldung zum SETE SENSI Lernclub, sodass du bald wirklich an dein Ziel kommst, Italienisch endlich sprechen zu lernen. Den Link mit allen Informationen erhältst du hier unten in der Videobeschreibung oder auch wenn du einfach hier oben klickst, dort bekommst du alle Informationen zum SETE SENSI Lernclub. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und ich kann es kaum erwarten, dich tatkräftig beim Italienisch Lern zu unterstützen. Ich würde sagen, Ci vidiamo domani. Ciao. Ciao. Ciao.